Zusammenarbeit mit anderen Crewmitgliedern, mit den Leuten, die wir hier haben, ist einfach super. Ich finde die drei sehr gut. Wir haben wirklich ein gutes Team zusammen und es macht mir sehr, sehr Spass. Ich finde die drei sehr gut. 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 Das Team ist sehr wichtig gerade in unserer Arbeit, gerade wenn man unter Zeitdruck arbeitet. Man muss einander vertrauen können. Man muss wissen, wie andere arbeiten. Und das sieht man dann auch im Produkt. Die drei sehr gut machen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn es zuvor kommt, ist man angespannt, man ist konzentriert, man ist dabei, man ist bei der Sache und das lässt dann aber trotzdem zu, durch einen Scherz zu machen und zu lustig zu haben. Und ich finde, für mich persönlich ist das, ich habe das recht gerne so.